hallo prop up ist ein prop tech startup aus österreich dort wo sie für den marke wirklich nützbringend das macht man nun mal nützbringend kann es noch besser werden mehr effizienz transparenz und somit auch mehr fairness in die immobilität irgendwas das hat er gibt da keinen sinn für mich wir von pop up setzen uns das ist ja nicht so schwer so du 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 raus jetzt muss gleich jetzt muss gleich genau ihr habt bitte ich glaube du musst die besitzt genau unter der kamera die sich nicht zu sehr wenn ich fertig satz die war ich sehe kann lachen obwohl ich ihn nicht einmal sehe ich nur wenn wir wirklich das prop up prop tech startup auch die besitzt sondergleichen come on